ARD Text im Auftrag von Funk Ich bin der geilste, genau, ihr wisst das alle Ihr wisst das alle, kommt schon Gibt ein bisschen Liebe für eure Nummer 1 Aus Leipzig Die Nummer 1, Marius Alani Euer Hometown Hero Dankeschön Leckt mich aber auch schon Okay, okay Scheint es hätte Markus nicht so Bock auf dem Interview Was heißt anständige Fragen? Ich hab was für besseres Wie eine Frage für dich Und zwar weiß ich gegen wen du als nächstes Kämpfen wirst, Marius Zwar am 25.03. Wieder hier Beim Wrestling Revolution Wirst du gegen Bad Bones John Klinger kämpfen Oh ja Er passt Er hat den Scheiß entschieden Er hat den Scheiß entschieden Ohne verplatt Paul hat gerade angekündigt Das nächste Das nächste Mal im nächsten Hauptkampf Am 25.03. Eben rufst du doch an Arni, weil ich den geile Sau bin Jetzt kommst du mit Bad Bones oder was? Bei Wrestling Revolution Alani gegen Klinger Marius Alani gegen John Bad Bones Klinger und Marius hat keine Lust mehr Aufmerksam Onze